Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und habe ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Scheiß auf die beiden, wir gehen einfach alleine essen. Ja, mach doch. Ist doch schön. Ich würde mal was tun. Können wir doch machen, ist doch in Ordnung. Ah, das kann ich was machen. Schalt auf die Hochzeit, wir gehen einfach essen. Nee, wir gehen in das gleiche Restaurant wie die, aber kriegen die einen besseren Tisch. Kannst du jetzt mal ruhig sein? Juten! Scheiß auf Hochzeit, wir feiern selber. Muten und irgendjemand wollte jetzt gerade was von mir. Ja, wieso du nicht zu meinen Cat Dogs gesagt hast. Achso, ich war im Poster und deswegen wollte ich unbedingt, wie weiß ich schon, Dinge tun. Soll ich dich jetzt beschützen? Jetzt. Ich soll dich muten. Wo ist sie hin? Ich sehe sie nicht mehr. Schade. Geht doch, Alter, zum Licht, Alter. Richtige Tiere. Oha, hängen geblieben. Der Tato hat jetzt schon den Lasten. Was ist das für ein Tier? Ähm... Weiß gar nicht, wer was. Ach, jetzt bräuchte ich mir selber zu. Pfff. 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 Na? Hallo. Pfff. Gedanken Der Acht, wie oben einfach immer noch in der CFi steht in nem verbut. Dafür musst du das Spiel einfach neu starten. Carol Jensen ist weg, bei mir habs ich den gemacht. Ahh. Marcy, warum hast du da so gelacht? Haha, Ich will hören was du zu sagen hast,ейdet mich gern interessieren. Ich verm兄łse die Lust haben gebracht mir nicht… Krass. Hat der Ziel zu lange an den Kameras gestanden? Ja. Eindeutig. Hab ich ihn umgebracht. Dann könnte es auch Eis sein. Was Eis? Könnte es auch sein. Okay. Gut, dass du es zugibst, Yataro. Alter. Jetzt. Ich glaube, Yataro lügt. Was ist das für eine rotische Stimme heute? Self-Record? Ja, Pauli, wie kommst du darauf? Es gibt keinen Jessel. Weil Maschi so behindert lacht und du redest. Haben wir jetzt drei Imposter? Wir haben drei. Wir haben drei Imposter. Also nicht Asano. Die haben wahrscheinlich irgendeinen Scheiß vorher abgemacht. Nein, ich rede gar nicht früher mit Yataro. Außer, dass er Kinder von mir will. Das habe ich gehört und ich habe verneint. Oder Maschi liefert wieder seine Poster-Kollegen ins Messer. Ich habe gesagt, ich will ein Kind von dir. Dreh mal hier nicht die Fakten um. Ich habe überlebt. Maschi hat übrigens Hostile von mir gebraucht. Ich habe ihm eine Runde gegeben. Ich habe ihm eine Runde gegeben. Gut, Button und dann Maschi. Ja, ihr könnt mich mal mit Button hier. schnippere. Ich war fast da. Ich war auch fast da. Ich war da. Das war zu schlecht geschauspielert. Ich habe gar nicht geschauspielert. Ich bin halt nur auf sein Ding reingegangen. Mit eingegangen. Ich finde das hat, dass er nur vier Worts bekommt. Wenn er es zugibt. Du hast mich voll gejagt, Alter. Weil es einfach schlecht geschauspielert war. Ab mit dem Kopf. Ja, tschau. Eine Runde habe ich gegeben, Maschi. Tolle Runde. Und Yataru ist kein Imposter. Wow. Danke, Sherlock. Danke, Maschi. Danke, Maschi. Oder vielleicht doch. Ja. Interessant, dass er nur vier Stimmen bekommt. Und davon war ich einer. Das heißt, nur einer ist mit raufgegangen. Und die anderen haben schon vorher gevotet. Krass, 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 krass. Ja, wow. Der Stand hat die ganze Zeit an den Camps. Daher passiert halt nicht viel. Weißt du, Dover. Der Punkt Button. Ist ja die, oder? Der, der, der. Also ich habe Oli gefunden. und zwar über storage wo man gerade dann zu electrical reinlaufen kann und anna war das gerade die habe ich ein lab getroffen die kam glaube ich von links ja oli war die ganze zeit noch bei mir am anfang ist relativ lange bei mir geblieben damit ich recht seinen lab und erst nicht mehr mitgekommen habe ich weiß nicht wer da unten war ich bin immer noch ein lab ich bin jetzt gerade da wo man ablaufen macht und macht man ablaut jetzt schön abgebrochen worden ich hab mein gelbeschen gemacht und wollte jetzt gerade zu specimen und das stimmt und ich bin das besser schon drinnen also können wir rausnehmen jatado sky eiswindow mich auch ich hab nichts getan ich hab auch nichts getan ein kometen um uns alle umzubringen ich sag annika ist es nein natürlich nicht das einhorn war es aber ich weiß es nicht das ist jetzt nur reine vermutung ich war es nicht ich hab doch gar nicht gesagt anna sondern annika ja und ich sag es war anna ja irgendjemand hat meinen namen gesagt ich hab das gibt ich weiß es nicht aber wahrscheinlich naja na dann dann habt ihr gleich verloren und wer ist ein self report wahrscheinlich aber wahrscheinlich okay bootfreudig zwei gehen aber drauf shani hat gewartet annika und tieri automatisch wer denn noch wer denn noch heiß deco mary deco ich hab das ich hab das nicht Was ist denn? Schön. Tico-Ergert. Oh, ey, der ist schnell. Der hat schnell verliebt. Ich habe einen Fall gelöst. Eine Chaoskarte vor mir gewendet. Ich muss den Wend putzen. Ja, ja, wir sind hier nicht ins Gate. Ist das ein Putzen nicht auf jeder Map? Das gibt's auf jedem, auf jeder Map. Gibt's auf jeder Map? Nein, die gibt's nicht auf jeder Map. Nichts? Nein. Ich habe keine Ahnung, also. Er hat Mashi wieder einstellen, dass wir bei Button nicht skippen können. Er hat Yatado, das geht bei das Normale nicht. Warum spielen wir denn auch normal? Weil ich wahrscheinlich das gar nicht spielen könnte. Also deshalb... Schau mal mal bitte, Annika von Brücken. Die fliegt raus. Tico-2. Tschüss Annika. Tschüssi. 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 Ah, alles zumachen. und cops very over Deco ist grad vor mir umgefallen, aber ich weiß nicht, wer es war. Der wollte grad comms fixen und der ist einfach umgefallen. Äh, also die, ne, dann kann Sky eigentlich nicht sein, der ist nämlich grad in den Lab reingekommen oben. Ich skippe, ich hol Pizza. Äh, ich wollt grad fragen, wann ist der grad Annika raus, aber das war Deku, ne? Ja, Deku hat Annika rausgenommen, also rausgehauen quasi. Mhm. Wir sind immer noch drei, ne, oder? Also wir haben drei Imposter drin in dem Spiel. Dann sind noch zwei jetzt drin, wenn Annika safe einer war. Oder? Mich einfach vergessen haben. Was ist er eigentlich? Deku ist Jahre alt. Ist noch einer drin. Es gibt, äh, Skip war unnötig. Pizza braucht noch zwei Minuten. Also Marcin war safe auch einer. Ist noch eine Poster drin. Ja. Ja. Deku ist grad vor mir umgefallen. Guy könnten wir sicher rausnehmen, weil du, hat er gesagt, im Lab glaube, ne? Ich bin grad aus Lab rausgekommen. ja ich habe ein überlegen ob das ich vorgabe sage ich war überlegt muss gerade ob du das guy war oder tiri aber ja ich glaube es war sky dann sind es für mich ja tage und tiri tatsächlich weil ich bin es ja nicht und ich vertraue euch beiden jetzt weil ich rausnimmt aber ihr könnt ja auch die imposter seine eben als wir haben nur noch einen b bin ich für marschi draußen tschüss zu anny aber ich behaupte es gibt was wieso ich jetzt fliegen du hattest doch vorher noch irgendeine 50 50 mit self report oder anna glaube ich ja das war bullshit für mich kannst du eigentlich nur tiere oder schaden sein also jetzt war dann wollten wir es hätte vor das hätte vor das hätte vor das hätte vor das hätte vor sein können aber skippen alle drei nö und cool geil hol dir runter und cool was ist denn heute los er drückte sich wieder vor mir ist ja klar was ist denn heute los hier das ist das fiete mal hintereinander und 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 auch und 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 tiere ist tot tiere ist tot tiere ist tot topschiff 2 topschiff sind zwei tiere ist tot tiere ist tot tiere ist gestorben dann würde ich rausnehmen sie ist grobe zehn bis fünf sekunden tot okay dann kann ich niemanden rausnehmen also anna und oli waren im dropship wie ich und sky ich habe elektrisch gekämpft weil ich dachte das licht geht aus hat mich aber erstaunlicherweise sogar an den zaun und gestellt und konnte nicht rüber gucken bis zum pole ich hatte mich auch gehofft ich sehe irgendwas ärgerlich hast du was sie sehen kämpfer wo kommst du her du bist ja gerade ich war lifeline und bin in einer art mit herbe da kamst du dazu wo kamst du her ich kam von oben aber da hatte ich tiere nicht gesehen ich hatte mit ihr die dinger aufgefüllt aber sie war immer ein stück vor mir eigentlich okay sie war wahrscheinlich schon aus den kann er gar nicht ich weiß dass die kollegen irgendwo unterwegs gewesen ich war halt gar nicht in der richtung also schon immer die ganze zeit oben im startbereich gewesen wer sky und eisbox das haben wir verstanden genau boris wo war es shani und boris zusammen ich bin nur am ende habe ich dir wahrscheinlich kris war bei den horst wo warst du das war nicht oben bei dings wenn du mir nur sagt links ist links oder rechts links 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 ich habe ihn tatsache gesehen wie er in den camps raum rein ist aber er zum ende hin also davor hätte ohne alles passieren können nö davor war ich bei irgendwelchen anderen leuten wie sagt die leute 10 bis 50 sekunden alt ich stand genehmig genauen lifeline was alle ermordet ich habe jetzt gar nicht gewotet verdammt weiss ja eh nicht wie du wohnen willst daher haut das schon hin der hat der und der und der steht schon wieder jemand an dem Du kannst halt nicht wenden, ne? Ich gehe den Baum wieder runter, bei O2, bei den Gasflaschen, und da liegt Chani. Ich kam da gerade von oben, ich kam der entgegen. Kann ich ungefähr bestätigen, Anna ist vor kurzem Ausgleich rausgekommen. Genau, und dann bin ich über, weil das Licht aus war, aber dann war es schon wieder an, und dann bin ich runtergeladet. Horst hat fast die ganze Runde an den Camps gestanden, Carol war bei ihm, denn lichtfix ist Carol mit mir rüber. Genau. Und jetzt ist der tot? Elios, stimmt. Ich sag mal so, Elios hat sich besser verdient. Aber als ich zum Licht gegangen bin, war Elios noch im Leben, und ich bin danach... Er lebte auch danach, Nori, ich hab extra geguckt, damit du nicht abgestanden hast. Okay, kann Carol ja nicht gewesen sein. Richtig. Nee, kann's auch nicht. Boris, wo bist du? Ich bin gerade bei dem Pülon im Bermuda-Viereck, war davor bei Weapons, als Licht ausging, und davor waren wir doch in Communications. Also in der Nähe. Ja, das kann gut sein, aber ich bin genauso gelaufen, wie ich es gerade gesagt habe. Glaube, du dann wird irgendwie raus. Ice, du warst Lab, oder was, weil du Anna gesehen hast, oder wie war das? Äh, Anna und ich waren zusammen im Lab, ich bin dann raus, weil Licht aus war, dann ging Licht wieder an, bin ich, und ich bin dann zu Storage rein und hab meinen Tank aufgefüllt, weil ich das am Anfang nicht gemacht habe. Olli? Ich war, bin ich überhaupt gemütet, ja. Nee, ja. Wo war ich jetzt gerade gewesen, überall? Okay, dann Deko. Wir müssen uns bei, weil wir müssen boten. Wir müssen ein Specimen. Specimen. Hat das jemand gesehen? Ja, ja, Annika. Annika ist tot. Okay, Deko. Geh auf Deko. Deine einzigste Begründung ist, Annika, die tot ist. Deko, also bitte. Schwierig. Schwierig. Was? We either win or we don't. Don't. Also, du bist halt kein Imposter, deswegen verlierst du. Da, ja. Okay. Schnappst du dir? Ja. Okay. Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt. Wett den, killen und ihn ja schnitzeln. Bis dann. Okay. Okay. Vielen Dank.